Ich hab ja gesagt, lass du dich jetzt da laufen und sitz dich da daneben hin. Das ist jetzt die Totale und da wird dann halt so ein Versteher. Wird dann oder rennt schon? Die rennt jetzt schon. Jetzt soll ich ohne Anwalt nix mehr sagen. Okay. Ich will schauen, dass er so hertreibt, dass man das nicht mehr sehen kann. Okay. Darfst du schon mal einschalten, oder wie? Nein, schon kein Rest. So, nein, du schaltest ja noch nicht rein. Die muss ja auch eingeschalten werden. Ich wollt grad sagen, die ist wahrscheinlich vom Bandl leer, bevor er da eingeschalten hat und du musst jetzt nicht sagen, wer dieses Jahr bellert. So, du sagst dann, wenn es soweit ist. Nachdem er mich schon fügt, ist es anscheinend schon soweit? Ja, ein bisschen einen Anlauf gib ich ja noch. Einen Anlauf? Ja, einen Anlauf mach ich gar nicht. Einen mediativen Anlauf heißt, man beginnt nicht gleich mit ihm reden, sondern macht mit der Stille mit und steigt dann rein. Ja, einsteigen ist voll okay. Ich war ja im Moment mehr beim Aussteigen politisch gesehen, aber kann ich jetzt anfangen. Und bitte. Hervorragend. Also, hallo mal wieder zu Hause an den Bildschirmen. Letzten haben wir ja schon ein lustiges Video gemacht. Mein Assistent und Lieblings-Flex-Weihnachts-Elfter-Ari ist wieder mit dabei. Heute haben wir auch noch den Gerci am Start. Und an der Kamera ist einmal mehr der Roman von Krypto-TV. Wir haben Ö24-Krone-TV, ORF und Co immer noch nicht bekommen. Geh, sag einmal. Deswegen bist es immer noch du, Roman, der sich mit uns abquälen muss. Bald hab ich ein Bernhaut recht. Das ist besser wie Corona. Und damit sind wir eigentlich ja schon wieder beim Thema. Wir haben immer noch das Jahr 2020 das immer noch krankeste Jahr von allen, die ich bis jetzt erlebt habe. Achtung, jetzt kommt der Wortwitz. Mit Abstand. Und weil dem so ist und wir nicht andauernd Bäumchen basteln können, weil die scharfkantig sind, weil es nicht immer passt, weil es nicht alle heiligen Zeiten, Achtung, Widerwortwitz, einen passenden biblischen Anlass gibt, so ein Bäumchen zu basteln, wollen wir heute einen idyllischen Rückblick machen auf das vergangene Jahr, das heute in wenigen Stunden enden wird, werden ein bisschen eine Aussicht auf das kommende Jahr haben, werden natürlich dabei, wie man schon gewohnt ist, ein bisschen Corona verbreiten. Zum Wohl an dieser Stelle. Die Schutzimpfung natürlich nie vergessen. Ja, ganz wichtig. Inzwischen bitte auch im Bundesland Salzburg ist es ja einmal mehr ein politisches Versagen. Wir haben zu wenig Nadeln. Deswegen kann man ja mit der Impfung, obwohl es da eh gerade ein bisschen eine Bremse seitens der EU gibt, nicht fortfahren. Aber der Harry hat schon die neueste Impfdose Corona. Das gibt es jetzt auch in Dosenform. Wie sagt er, so falls dann unser weitsichtiger Landeshauptmann und der Fahrschulbetreiber irgendwann soweit sind, für Nadeln zu sorgen, um die Impfung weiter vorzusetzen. Die Impfdosen gibt es schon mal. Wenn wir da einwerfen, bei minus 70 Grad braucht man die auch nicht kühlen, hat einen großen Vorteil sozusagen. Ja, wir trinken es schon ganz gerne kalt, aber minus 70 muss dann gar nicht sein. Weil der reguläre Impfstoff ansonsten, ja sonst minus 70 Grad schon Bedarf. Echt super Vorteil. Klar, so lernt man was heute wieder. Ich muss jetzt dazu sagen, ich verweigere ja dann dieses Freitesten. Wir haben ja letztens schon festgestellt, irgendwann hieß es in Österreich Arbeit macht frei. Jetzt wird es dann heißen, Testen macht frei. Ich habe das eine Gott sei Dank nicht miterleben müssen. Und das zweite werde ich mit Sicherheit auch nicht miterleben, weil ich es verweigere. Dasselbe gilt für die bevorstehende Zwangsimpfung durch die Hintertür. Also das mit der Impfdose ist eigentlich mehr ein seichter Witz von mir und nicht ganz ernst zu nehmen. Nachdem ich aber letztens schon gesagt habe, dass ich ohnehin ein links-rechter Covidiot, Weltverschwörer und Aluhutträger bin. Ich habe ihn heute wieder nicht auf. Zwecks ist nicht so gut für die Frisur. Ist es ja nicht so tragisch. Man wird eh nicht alles was ich sage ernst nehmen. Macht aber auch gar nichts. Entscheidend ist, dass wir wie gesagt heute den 31.12. haben. Das Jahr endet und ich erstmal darauf zurückkommen will, dass du ja letztens sehr gute Arbeit geleistet hast mit unserem Covid Navidad Dokumentations Tutorial, wie du es so schön nanntest. Ich möchte aber gleich an dieser Stelle anschließen und vielleicht ein bisschen nachhaken und meinen Bildungsauftrag erfüllen. Du hast letztens so schön erklärt, worum es sich bei Rockerbillies handelt. Und nachdem wir ja in Salzburg vermeintlich in einem Dorf leben, das ganz stolz darauf ist eine Kulturstadt zu sein. Unglücklicherweise allerdings sehr wenig Subkultur oder im Moment eigentlich Orca Kultur bietet. Covid-bedingt. Sonst wie gesagt auch mehr am Etikett als tiefschürfend über Kultur verfügt. Möchte ich da ein bisschen ausholen. Es stimmt natürlich, dass wie du gesagt hast, Rockerbillies gerne Rock'n'Roll tanzen. Nimm ich mir ein bisschen aus. Ich bin inzwischen in der Alters- und Gewichtsklasse, wo ich sage, ich muss Frauenherzen nicht mehr mit dem Notfallplan des Tanzens gewinnen. Bei mir geht das mit dem Liebesleben eher schief. Also sparen wir das mit dem Tanzen auch. Also ist die Bezeichnung Rockerbillies tanzen, Rock'n'Roll zwar durchaus korrekt. Aber Tanzen stärkt das Immunsystem. Gerade in dem Jahr schon wieder eigentlich schon wegen dem ein guter Punkt. Fürs Immunsystem sind wir in den letzten Tagen, wie der eine oder andere gehört und gesehen haben, wird sehr viel an der frischen Luft spazieren gegangen. Reicht aus. Wir tun das eine oder andere, um quasi gesund zu bleiben. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt mit dem Tanzen beginnen muss, um da mein vegetatives Herz-Kreislauf-System weiterhin zu konditionieren. Muss nicht sein. Wie gesagt, also ich widerspreche dir nicht Rock'n'Roller oder Rockerbillies tanzen gern Rock'n'Roll. Ja, ich bin da wie gesagt ein bisschen die Ausnahme und ein bisschen der Tanzmuffel. Du hast weit das erklärt. Sie fahren gerne Oldtimer und Musclecars. Auch das ist grundlegend richtig. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich uns jetzt nicht als Oldtimer-Fahrer bezeichnen würde. Der klassische Oldtimer-Fahrer ist der Herr, der schon alles hat. Von der hübschen Gespielin, die der Schönheitschirurg bereits etwas nachgebessert hat, bis hin zur Motorjacht von Monaco. Der dann vielleicht irgendwann einmal sagt, jetzt gönnt er sich noch einen English-Racing-Greenen Jaguar oder Triumph-Roadstar oder ähnliches, den er beim Bruckner für teures Geld warten lässt und damit bei Schönwetter an der einen oder anderen Oldtimer-Ausfahrt teilzunehmen. Das ist eine schöne Sache. Unser einer sieht sich eher als Altblech-Fahrer, bewegt seinen nicht historisch wertvollen Oldtimer eigentlich alle Tage, weil ein Auto auch bei uns Kultfaktor hin oder her ein Alltagsgegenstand ist. Und ich sehe mich selbst nicht als Oldtimer-Besitzer oder Fahrer und ich glaube, da wird auch der Gertsche oder jeder andere hier von uns ein bisschen beipflichten. Der Mercedes ist auch nicht mehr der Jüngste. Wir wollen da jetzt auch gar nicht drüber reden, ob die Autos jung oder alt sind. Ich meine, der Name Oldtimer würde besagen, dass sie alt sind. Aber wie gesagt, wir sind Altblech-Fahrer und nicht Oldtimer-Fahrer. Sehe ich so. Drum holt es einfach schön mit Maskel-Cars. Ja, aber da spielen wir dann eigentlich auch schon wieder in der US-Cars-Szene mit. Und in der US-Cars-Szene braucht man ja grundlegendes Startkapital, um sich diesen Traum leisten zu können. Da rede ich dann noch gar nicht von der Erhaltung, was Steuer und Spritverbrauch angeht, wenn man sowas im Alltag fahren möchte. Ich rede auch nicht von der unglücklichen Situation, dass die Parkplatz-Situation in Salzburg für die Dimensionen eines großen US-Cars eher, ich sage einmal, nicht so rosig sind. Sondern es geht letztendlich darum, dass diese US-Cars-Fahrer eigentlich diese Autos alle als Zweitfahrzeug haben und als Spaßmobil nebenbei nutzen. Aber sagen wir mal, wenn man statt einen Zwing, aber doch lieber einen Mini, oder? Naja, also der Mini ist definitiv einmal cooler. Es gibt sogar einen als Maskel-Cars, aber das wäre jetzt sehr pervers, diese Diskussion anzufangen. Na, wo die sich, ja. Nein, da können wir es verzetteln. Genau. Wollen wir ja gar nicht. Das macht eh die Regierung in dem Jörscher. Na, also wie gesagt, das ist durchaus richtig, man fährt mitunter natürlich auch bei uns in der Szene mal ein US-Cars oder ein Maskel-Cars. Ich distanziere mich aber trotz alledem auch ein bisschen von der klassischen US-Cars-Szene, die auf ihren Treffen den Klapphocker neben dem Auto aufstellt. Eine Klapptafel. Der hat mal einen Skoda gefahren, also einen alten Skoda. Da war die Benzinheizung auch nicht recht lustig zu fahren. Ja, aber Skoda ist bei aller Liebe weder Muscle-Cars noch US. Alles war ein Oldtimer. Ich will sagen, es war Benzinheizung. Ja, ich kann mich an deinen Skoda noch erinnern. Aber über den wollen wir jetzt nicht reden. Wissen die Zuschauer daheim, wie alt wir schon sind. Und dann glaubt uns fast keiner mehr, als ich vorhin gesagt habe, dass ich das mit Arbeit macht frei nicht mehr miterlebt habe. So alt bin ich dann nämlich doch noch nicht. Glücklicherweise. Es ist eh schlimm genug, dass ich das Wiederkehren so mancher Ideen der damaligen Zeit heute live miterleben muss. In Anbetracht der Tatsache, dass wir ja einen gewaltigen Rückschritt im Jahr 2020 gemacht haben, den ich in dieser Form eigentlich nie für möglich gehalten habe. Zumindest sollte man die Demokratie nicht verschlafen. Die sogenannte Demokratie. Was das Wort wieder ist, kann man auch streiten. Dazu möchte ich dann gerne noch kommen. Also wie gesagt, bleiben wir ganz kurz beim Rockerbelli. Grundsätzlich sehe ich es ja schon als falsch an, von Rockerbillis zu reden. Weil es keine Petticoatfrauen mehr gibt, die die Art erhalten. Nein, weil es die einfach nicht gibt. Also genau genommen ist der Rockerbilly eine Spielart des Rock'n'Roll, der in den 50ern eine kurze, heiße Phase hatte. Die Leute, die diese Musik hören, wurden in den USA als Greaser bezeichnet. Die wurden auch vor der Hippies rebellisch wurden. Ja, in Großbritannien als Teddy-Boys und ähnliches. Also man kann vom Rockerbilly-Rebel sprechen, aber der Rockerbilly an sich ist eigentlich keine Szenebezeichnung und eigentlich nicht existent. Das beschreibt lediglich einen Musikstil. Soviel jetzt quasi zum unglaublichen Klugscheißen als Erklärung zum Rockerbilly. Wichtig an dieser Sache wäre vielleicht, dass der Rock'n'Roller an sich, und das ist mir deswegen wichtig, weil es vielleicht aufgrund der aktuellen politischen Situation relevant ist, ein rebellisches Wesen hat und in den 50ern angefangen hat, mit Konventionen zu brechen. Also viele Dinge, die für den ganz normalen Bürger heute ganz alltäglich sind, zum Beispiel das Tragen von Jeans oder das... Schmierige Haare. Ja, das ist... Die Locke, die Haare wurden schon etwas länger wie früher. Vom Bürstenhaarschnitt kommt ja man schon zur Zwischenphase des Hippiehaarschnittes. Ja, da verzetteln wir uns jetzt aber, wenn man jetzt da quasi sämtliche... Die Frisur ist ein prägnanter Punkt eines Rockerbillys. Ah, ne, wie gesagt, Rockerbilly an sich gibt es ja schon mal nicht, da waren wir ja. Ja, sagen wir mal, darum sage ich ja Grease einfach, dass wir die Frisur etwas hervorheben, weil das doch ein brillantes Merkmal ist. Ja, aber ich glaube, du hast mit dem Harry und mit mir ja zwei durchaus sehr ansehnlich dressierte Exemplare da. Ja, also darum sage ich ja. Insofern glaube ich, muss man das mit der Tolle jetzt gar nicht zwangsläufig erklären. Darum die Aluhutverweigerung, gell? Mir ging es nur darum, das klarzustellen, damit es nicht heißt, wir nehmen unseren Bildungsauftrag hier nicht ernst. Wenn man nämlich quasi die Sache einfach nur beim Goggle eingibt, kriegt man da inzwischen die von dir vorhin erwähnten Petticoat-Frauen zu sehen, im Tüpfchenkleid und ganz viele lustige Männer mit Rauschebärten und dergleichen. Und alles, was man dort zu sehen und teilweise auch zu lesen bekommt beim Goggle, ist eigentlich nicht ganz oder weitestgehend meistens nicht ganz wichtig. Was die Darstellung des Rock'n'Roll angeht. Und deswegen habe ich mir gedacht, starten wir dieses heutige, lustige Zusammensitzen mit dieser kleinen Korrektur. Wie dem auch sei, der Rock'n'Roll-Hörer, der sich an den 50er Jahren ein bisschen orientiert, so wie wir das alle tun, hat meines Erachtens nach damals, und wenn er das heute so zelebriert auch immer noch, einen rebellischen Geist. Hat quasi die sexuelle Revolution damals begonnen, hat die Jeans alone fähig gemacht und vieles andere. Und hat auch damals eigentlich schon mit diesen spießigen... Konservative Flucht. Genau, spießigen und teils sehr falschen moralischen und politischen Systemen der damaligen Zeit gebrochen. Und deswegen sehe ich es irgendwo eigentlich nur als ein Fortführen dieser Tradition als Rock'n'Roller im Hier und Heute, auch mit der aktuellen politischen Situation nicht einherzugehen. Es gibt sicher Leute in meiner Szene, die das anders sehen und voller Stolz ihre modisch passende, Kirschenbedruckte Mund-Nasen-Schutz-Geschichte tragen. Oder sich ganz groß einen Patch auf die Jacke nähen, wo groß Rebel draufsteht, um dann gänzlich konform in dieser Gesellschaft zu kuschen, während man ihnen Grundrechte wegnimmt, ihre Freiheiten einschränkt und dergleichen. Viele Künstler, die in dieser kleinen, aber doch sehr feinen Szene unterwegs sind, haben dann quasi das Problem, dass sie wirklich so, wie soll man sagen... Ich will nicht sagen armselig, weil ich möchte keinem Künstler zu nahe treten, aber... Sie sind nicht zu sehen zumindest. Nein, sie sind dahingehend so gehemmt, anstatt zu rebellieren gegen ihr Schicksal, dass sie einfach um Spenden aufrufen, um als Künstler eventuell diese Zeit überdauern zu können. Also nicht, man nimmt das Schicksal in die Hand und rebelliert gegen das, was gerade zum Teil völlig unlogisch und willkürlich vorgenommen wird, sondern man sagt einfach, na bitte, bitte spendet, damit ich überleben kann. Möchte ich an dieser Stelle, wie gesagt, nicht verurteilen, weil ich bin kein Musiker und ich gönne jedem, dass er über die Runden kommt. Ich halte es nur für einen Rock'n'Roller persönlich einen sehr sonderbaren Weg. Damit löscht man kein Feuer sozusagen. Man muss eh Feuer nicht unbedingt löschen. Ich glaube, das Feuer hat den Menschen letztendlich unglaublich weit gebracht. Die Frage ist, ob man es unter Kontrolle hat oder nicht. Ich meine, dass man die Wurzeln einfach nicht angeht. Die Leute jammern über Symptome, wollen mehr Kohle haben, anstatt das Problem an sich angehen wollen. So wie die Künstler das hier. Ich sehe das auch bei den Gastronomen so. Man sieht keinen Einzigen bei den Dingen, weil sie angeblich ja noch genug Geld bekommen. Aber nicht ein weitreichender Denken, dass das Kredite sind, die zurückgezahlt werden müssen. Ich bin bei dir, aber ich muss dazu sagen, wir sind alle in der Gastronomie an sich tätig. Im Moment sind wir ein bisschen untätig. Nur der Unterschied ist, dass der Gastronom, anders als der vorhin beschriebene Künstler, oder jetzt in diesem Falle der Rock'n'Roll Musiker oder ähnliches, dass der Gastronom nicht um Spenden bettelt. Der Künstler kriegt natürlich mitunter noch weniger staatliche Hilfe, was einmal mehr zeigt, wie sehr es eigentlich wirklich um dieses Kulturland steht. Also wenn wir wirklich so eine Kulturstadt oder so eine Kulturgesellschaft wären, dann wäre es eigentlich schön, wenn Künstler nicht betteln müssten, um überleben zu können, weil sie anscheinend zu wenig kriegen. Auf der anderen Seite denke ich mir, dass es relativ schlimm ist, wenn ein Künstler heute eben bettelt, um zu überleben und du vergleichst ihn dann mit einem Gastronomen. Der Gastronom hat ja nachweislich sein Geschäft gemacht, seine Steuern bezahlt und das glücklicherweise in einer Höhe, die ihm dann mitunter auch zu 80, 50 oder wie viel Prozent auch immer abgegolten wird. Beim Künstler ist das Problem, gerade im Rock'n'Roll, die meisten sind das nicht hauptberuflich, sondern machen das nebenberuflich. Und wenn du jetzt als Teilzeitmusiker und Teilzeit-Anderserwerbstätiger in beiden Branchen oder Arten deines Broterwerbs am Papier zu wenig Umsatz machst, dann fällst du genauso wie ein Tattoo-Studio-Betreiber oder ein Fitness-Coach mitunter einfach durchs Netz. Und das ist ärgerlich und das ist mitunter auch ungerecht, das bestreite ich nicht. Ich finde es nur relativ schlimm aus meiner Sicht, wenn sich heutzutage jemand in den guten Zeiten, die wir früher hatten, darauf besinnt, dass er ja ein rebellischer Rock'n'Roller ist und dann im nächsten Augenblick quasi bettelt, um durchzukommen, anstatt der rebellische Rock'n'Roller zu sein und seine Stimme und sein Talent von mir aus an Gitarre oder einem Instrument zu nutzen, um Protest sprechen zu lassen. Das heißt, unsere Gesellschaft nimmt gänzlich unhinterfragt seit Monaten, also ich rede jetzt nicht vom ersten Lockdown, ich rede jetzt nicht von den ersten Tagen oder Wochen, wo diese Situation für uns alle neu war, sondern ich rede davon, dass wir inzwischen ein Dreivierteljahr in einer Situation sind, wo wir eigentlich von den Maßnahmen, die wir zur Eindämmung des großen Sterbens, wie es anscheinend stattfindet, immer noch am Start sind. Das heißt, wir machen seit einem Dreivierteljahr nichts anderes, als wir sperren auf, wir sperren zu, wir sperren auf, wir tragen Maske, wir tragen keine Maske, wir tragen doch wieder Maske. Es hat sich in dem letzten Dreivierteljahr wirklich nichts verändert. Wir hatten den ersten Lockdown, wir haben einen zweiten Lockdown, seit wenigen Tagen sind wir jetzt in Österreich im dritten Lockdown und wie gesagt, ich finde es falsch, wenn Leute das nach dieser Zeitspanne immer noch unreflektiert und unhinterfragt mittragen. Seht ihr das anders? Nein, das habe ich damals zuerst so mit den verglichen Künstlern und Gastronomen, sie sind sich schon etwas gleich, ja. Sie sind früher immer die ersten gewesen, die rebelliert haben. Da hat man sich getroffen. Der Gastronom in Österreich rebelliert nicht, weil der Gastronom. Das ist jetzt ein neues Erscheinungsdasein, was bei den Gastronomen, bei den Künstlern sieht. Wenn man schaut einmal Monet und die Künstler früher, das waren die ersten, die was sozial kritisch Kunst betrieben haben. Bei den Wirten hat man sich ja früher getroffen, um sich konspirativ etwas auszumachen, wo man sich trifft, um seinen Unmut klar zu machen, ja. Da spüren jetzt die Wirten mit uns, den Menschen, die die wichtigen Botschaften senden können durch die Künstler, durch das, dass man sich bei den Wirten ein bisschen Austausch machen kann. Das Gemeinevolk parlamentiert bei den Wirten. Die Politiker parlamentieren im Parlament, verstehst? Und das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, genommen worden ist. Das Gemeinevolk hat heutzutage in diesen Zeiten soziale Medien. In sozialen Medien hat das Stammtischniveau von 1 die Größe von 8 oder 10 Leuten gesprengt. Wird ja auch schon zensiert eben. Heute haben wir auf Facebook oder sonstigen Plattformen dieser Art nicht 8 Leute, die irgendeinen... Ich bin gestern gesperrt worden, dass ich drei Tage nichts posten kann auf Facebook, sagen wir es mal so auch. Ja gut, das mag durchaus sein, dass wenn du zu kritisch bist, das ein Problem ist, kennen wir alle. Die Tatsache nicht desto trotz ist die, dass ich sage, was früher der Stammtisch als Ventil für den Bürger war, ist heute quasi ein soziales Medium. Und das führt leider Gottes auch dazu, dass jeder zu allem eine Meinung hat. Und jeder auch meint, dass er in irgendeiner Form aktiv etwas tut, wenn er ein Like oder ein Dislike gibt. Und damit auch schon meint seine... Es kommt so auf den Sofa-Aktivismus, sprichst du jetzt an. Ja, wir sitzen jetzt auch gerade am Sofa. Naja, aber nicht die ganze Zeit heute. Wir werden aber auch noch etwas aktiver werden heute. Aber das soll noch gar nicht das Thema sein. Das Thema letztendlich ist das, dass der Wirt anders als der Künstler noch nicht bettelt. Ganz im Gegenteil... Aber der Künstler, der bettelt sich trotzdem nicht auf unseren Demonstrationen einfindet, weil er vor dieser Keule Angst hat, paradoxerweise. Weil er in der Angst vor der Angst auch miteinander vegetiert. Nein, nein, da geht es nicht um die Angst vor der Angst, sondern dass der Künstler... Naja, das ist die komplette Angst. Nein, dass der Künstler hinterher, und da kommt der sogenannte Kulturstaat, den ich vorhin erwähnt habe, wenn alles wieder vorbei ist, also wenn wir dann alle durchgeimpft sind und das alles wieder gut ist... Hoffentlich kriegt er gute Spenden. Nein, da kriegt er keine Spenden, sondern da kriegt er Kulturfördergelder oder kriegt wieder Engagement auf irgendeiner staatlichen Bühne und Co. Das heißt, niemand wagt es im Moment, die Hand, die ihn füttert, zu beißen. Und damit sind wir eigentlich auch schon ein bisschen bei dem Thema heute Abend. Weil, wie gesagt, die Gastronomie, die du da verglichen hast mit dem Künstlerstatus, was ich, wie gesagt, nicht so sehe, weil der Gastronom da in einem ganz anderen Boot sitzt, die Gastronomie hat sich bis dato an Punkt und Komma und Strich und Form, an alles gehalten. Wenn du der Gastronomie sagst, der Feuerlöscher, der muss drei Millimeter dir vergehängt werden, ob das sinnvoll ist oder nicht, diese drei Millimeter, dann wird der Wirt das umsetzen, weil es um seine Konzession und um seine Sachen geht. Das heißt, die Gastronomie wird alles machen. Die Gastronomie hat vor Einführung des Raucherschutzgesetzes dementsprechend bauliche Trennungen gemacht, die dann hinterher hinfällig waren. Die Gastronomie hat Corona-Konzepte erarbeitet und gemacht und wurde trotzdem zugesperrt. Sehr ausgeblutet. Die Gastronomie ist da in einem etwas anderen Konzept als der von mir erwähnte Rock'n'Roll-Künstler. Der Geduldsfaden der Gastronomie, wenn du es mit den Rauchersätzen sagst, ist jedenfalls extrem hoch. Aber vergessen wir doch einmal die Gastronomen, die Künstler. Wir haben mal gemerkt, da kommt jetzt nichts. Der normale Proletarier, der Arbeiter, jetzt einmal abgesehen von Corona, es gibt ja nicht nur Corona in dem Jahr, auch die Hackler-Regelung wurde hier runtergesetzt. Wer möchte wirklich bis 80, 90 gehackeln? Warum geht da noch keiner auf die Straßen? Naja, weil die Leute ja im Moment in Kurzarbeit und Co. letztendlich alle noch am Tropf hängen. Das, was mich ein bisschen traurig stimmt an der Tatsache ist, dass jeder glaubt, er hängt jetzt am Tropf und dieser Tropf tropft ewig weiter und alles wird gut. Ich glaube nicht, dass man sich, wenn man sich das letzte Dreivierteljahr rückwirkend anschaut und man sich die Prognosen jetzt für das Jahr 2022, also ich greife da jetzt mal vor. Ich habe mir da gestern erlaubt, auf meiner Facebook-Seite das Interview vom Infektiologen der Universitätsklinik Salzburg, des Herrn Richard Greil zu zeigen, der gesagt hat, ja, also man müsste jetzt mal 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung durchimpfen und dann im dritten oder vierten Quartal des kommenden Jahres, also wir reden da jetzt bitte vom Jahresende 2021, halbwegs wieder eine eventuelle Normalität zu haben. Ein ganzes Jahr in der Lockdown sozusagen. Wobei er davon ausgeht, dass es im Zweifelsfalle schon so ist, dass der eine oder andere Hype mit Erkältungswellen im Herbst wieder dazu führen, dass vielleicht das mit der Maske dann immer noch Thema ist und auch Homeoffice und ähnliches uns erhalten bleiben wird. Da stelle ich mir dann schon die Frage, wo dann der Game Changer dieser Impfung sein soll, den Kurt und Co. da so unglaublich... Bis 100 Prozent geimpft sind, das haben sie eigentlich im Grunde eh vordeklariert schon. Das sind dann die kleinen Anläufe halt. Es gibt ein Jahr lang Lockdown, weil diese Verweigerer natürlich, die muss man auch noch mitrechnen, die bleiben in Lockdown, nicht nur die, die sich frei geimpft haben. Naja, also ich glaube grundsätzlich einmal, dass eine hundertprozentige Impfung ein Irrsinn ist. Naja, das ist der feuchte Traum, die Säuglinge. Nein, 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 ich halte das für einen Irrsinn in der Kommunikation, weil man wird nicht jedes Kleinkind und jeden Säugling impfen. Also das mit hundertprozentig, das mag irgendwo der eine oder andere Aluhutträger glauben, das kommen wird, das glaube ich nicht. Man sagt der Bill Gates zumindest halt. Ja gut. Das ist ein hoher Aluhutträger. Ist ja klar, man soll nicht jeden Aluhutträger glauben, aber er hat zumindest gemacht, der Bill Gates. Ja, ich gehe dann doch davon aus, dass mein persönliches oder unser persönliches Problem jetzt einmal akut die Unfähigkeit unserer eigenen Bundesregierung ist und wir uns zwar von mir schon mit einem Auge über die Grenzen hinaus wagen dürfen. Ich allerdings nicht glaube, dass es mich als Österreicher, jetzt weiß ich nicht, wie betrifft, was Bill Gates meint. Ich wäre schon ganz froh, wenn der Computerprogramm erarbeitet hätte, mit dem ich problemlos arbeiten könnte. Dem ist nicht so. Also, warum er quasi im deutschen Staatsfernsehen eine Sendezeit bekommen hat, von der jeder deutsche Bundespräsident träumen kann und dort als Computermensch, als neuer Gesundheitsexperte dargestellt wurde, obwohl es gar nicht sein Metier ist, habe ich auch nicht verstanden. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Bill Gates, Harry, Gertschi und mir relativ wurscht ist. Genau, da kann ja seine Aktienkurse steigen, wie sie wollen. Tatsache ist, was mir nicht wurscht ist, ist, dass ich in einem Land lebe, das offiziell eine Demokratie darstellt und in der Volksvertreter an der Macht sind und diese Macht im Moment meines Erachtens nach missbrauchen und das teilweise sogar sehr unverblümt, um Maßnahmen durchzusetzen, die wie gesagt zum Teil nachgewiesener Weise verfassungswidrig sind, die zum Teil völlig willkürlich sind, die zum Teil total unrational sind und unlogisch sind und das ist einfach was, wo ich sage, das bin ich nicht bereit als österreichischer Steuerzahler, dem 50% seines Verdienstes entrissen werden, zu tolerieren. Ich lebe damit, dass das Kulturleben in dieser Stadt oder in diesem Land jetzt meinem persönlichen Gusto nicht unbedingt entspricht und meines Erachtens noch auch dem großen, selbst beweihräuchernden Salzburg und Österreich nicht immer zur Ehre gereicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich zwar Klassenmedizin inzwischen habe, wo man für jede Krone, wenn sie denn nicht geradeaus einmal gar nicht selber zahlt und dergleichen und dergleichen. An all das hat sich jeder von uns gewöhnt. Wir leben besser als in vielen anderen Ländern auf der Welt, das möchte ich nicht leugnen. Nur wenn ich 50% meines Geldes abdrücke, um dann letztendlich wie ein Häftling, und deswegen trage ich dieses schöne Hemd, weil wir inzwischen in Österreich alle inhaftiert sind, manch einer hat es nur noch nicht verstanden. Oder wohnhaft? Nein, die Frage ist, mich hat... Der Polizist fragt ja oft genug auf der Straße, wo sind Sie wohnhaft? Na, das meine ich nicht. Man hat mich nach dem Tannenbäumchen-Video, also dem Covid-Navidad-Bäumchen gefragt, warum ich mich aufrege, es ist ja alles nicht so schlimm. Es stimmt, es ist gar nicht so schlimm. Also ich habe die Möglichkeit, mich mit Leuten zu treffen, wobei festgelegt wird, aus welchem Haushalt und zu welchen Zeiten. Es wird festgelegt, ob meine Arbeit systemrelevant ist oder nicht. Es wird festgelegt, zu welchen Zwecken ich auf den Hof raus darf oder nicht. Also wir alle führen im Moment ein fremdbestimmtes Leben, wie es eigentlich jeder Häftling gewohnt ist. Nur, dass der Häftling seine drei Mahlzeiten gestellt bekommt und seine Zelle gestellt bekommt. Wir zahlen für unser Essen und unsere Wohnung nur selber, dürfen auch gern, wenn es ist, und wir nicht gerade einer Branche obliegen, die entweder als Virenschleuder hochkriminell ist, wie es die Gastronomie oder ähnliches ist, zwar weiterhin arbeiten, aber alles, was Freizeit darstellt oder Sozialkontakte oder Vergnügungen ist natürlich verboten. Pure Existenz. Außer Skifahren. Also, ich finde das immer ganz lustig, wenn wir einen unserer Spaziergänge haben und sich dann irgendein Passant am Straßenrand aufregt. Wegen uns sind wir dann quasi in 20 Jahren immer noch im Lockdown, weil wir die Viren so verbreiten, weil wir die Abstände nicht einhalten und weil wir so zahlreich sind. Ja, und dann schaue ich mir an, was an Skitalstationen passiert oder wie es in einem Shopping-Tempel à la Europark im Wochenende vor Weihnachten zugeht. Da denke ich mir immer, ja, stimmt, die paar Menschen, die für ihre Grundrechte auf die Straße gehen, an denen wird Österreich versterben. Ganz bestimmt. Eine Schlange stehen vor den Geschäften, habe ich in Europark letztens gesehen, die haben Blockabfertigung gehabt. Ja, oder gestern vor dem Eislaufstadion, als wir am Abend unterwegs waren. Da auch noch, genau. Wo keiner eine Maske aufhatte, weil es unter freiem Himmel ist, ich hätte auch keine getragen, stehe ich dazu. Aber wo wirklich der Vordermann dem Nächsten auf die Zehen getreten ist. Die Lungenentzündung, halt kein Worten draußen in der Köln. Aber wie gesagt, wenn wir spazieren gehen, sind wir natürlich das Feindbild und das ist halt relativ, relativ, relativ schlimm. Aber wie gesagt, 2020 war ein besonderes Jahr. Politiker sind erstmals in der Geschichte ausgezogen, den Tod auszuraten. Und haben dabei ganz tolle Sachen gemacht. Wie gesagt, Shoppingcenter zugesperrt, um Skilifter zu öffnen und ähnliches. Es ist ganz großartig. Am Anfang hat es noch geheißen, ja, wir müssen den Helden des Alltags, also all jenen armen Österreichern, die in einer Branche tätig sind, die einfach lebenswichtig ist. Also wir reden von der Kassiererin im Supermarkt, wir reden von der Trafikantin, dem Trafikanten und dergleichen. Also alles, was man halt braucht, um das normale, tägliche Leben zu absolvieren. Also die, die das Klopapier geschlichtet haben, für jene, die nicht protestiert haben, als ihre Grundrechte abgeschafft wurden, sondern Klopapier gehamstert haben. All diesen Menschen hat man damals noch applaudiert und gesagt, die sind wichtig, das sind Helden. Die brauchen mehr Geld dafür, dass sie ihren Job machen. Ich weiß zwar nicht, warum sie mehr Geld brauchen, wenn sie ihren Job sonst auch nicht besser bezahlt bekommen. Ich hätte es aber begrüßt, weil ich grundsätzlich sage, fairerweise, die relevanten Arbeiten wären bei uns meines Erachtens noch zu schlecht bezahlt. Es geht einem eindeutig besser, wenn man Bankmanager ist, die Bank an die Wand fährt und sich dafür Millionenboni auszahlen kann. Aber das ist natürlich nur meine laienhafte Darstellung. Ich war nie Bankmanager. Nichtsdestotrotz, wir haben also gehört, 2020, es gibt die Helden des Alltags. Wenn man sich in den letzten Tagen so angesehen hat, wie es den Fernfahrern und dergleichen nach der neuen Virenapokalypse ging, weil das Virus ist ja passend zum Jahresende, wer hätte es gedacht, noch mal mutiert. Viren mutieren regelmäßig, weil sie das müssen, um zu überleben. Aber jetzt, wo es in den Endspurt geht, vor der Impfung, hat man natürlich noch mal medientechnisch nachheizen müssen. Ja, dann schaut man sich an, zwischen Dover und Calais, wie Lkw-Fahrer, drei, vier, fünf Tage ohne sanitäre Anlagen, ohne Lebensmittel, zusammengepfercht auf riesengroßen Parkplätzen festgehalten werden. Verhungern, wenn sie gebüttert werden. Als Helden des Alltags, da wird es dann vielleicht gar nicht so drum gegangen sein. Es wird im Jahr 2020 vielleicht doch gar nicht so um die Gesundheit der Bevölkerung gegangen sein. Weil wir haben das mit dem Rauchen zwar offiziell in Lokalen verboten, Der österreichische Staat verkauft aber immer noch mit Freude und ganz viel Gewinn Tabakprodukte. Er verkauft auch immer noch Alkohol an dieser Stelle. Cheerio. Und hat nichts dagegen einzuwenden, dass sich in Österreich auch jedes Jahr ganz viele Menschen nach wie vor mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems und dergleichen aufgrund von zu wenig Bewegung und falscher Ernährung und dergleichen letztendlich frühzeitig ins Krankenhaus oder ins Grab bringen. Ja, das Erste, was man nach dem ersten Lockdown gemacht hat, war nicht dem österreichischen Gastronomen, der selber kocht, mit vernünftigen Lebensmitteln zu erlauben, seinen Gastgarten zu öffnen, sondern man hat den McDrive aufgemacht. Starbucks zum Beispiel auch noch. Für die Traditionskaffeehäuser möchte ich dann in den Bogen spannen. Nein, es ging mir da jetzt eigentlich mehr darum, dass es, wenn es ja darum geht, die österreichische Bevölkerung jetzt quasi gesund zu halten, für mich persönlich ein bisschen ein Schildbürgerstreich ist zu sagen. Das Erste, was wir ihnen dann aufmachen, ist dann der McDrive. Weil da können sie dann nämlich im Auto sitzend Junkfood kaufen. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Politiker, ich muss es nicht verstehen. Also der Gesundheitswille ist nicht so ganz so stark, dass wir den kriegen von der Politik aus. Paradox. Naja, man hat ja auch in diesen letzten... Glutamat, Aspartan möchte ich noch sprechen, so viel Zucker in den Geschmacksverstärkern alleine drin. Da hat sich die Politikern auch noch nie was gejuckt, dass der Mensch gesundheitsmäßig geschützt wird. Nein, nein, man spart Tourenstunden ein. Aber wie gesagt... Hebammen werden so hoch besteuert. Man sperrt Krankenhäuser zu. Man hat doch dieses Jahr einmal mehr beschlossen, Intensivbetten abzubauen, was in dieser Krise meines Erachtens noch schon recht spannend ist. Braucht ihr die Story dann auch, dass die Intensivstationen voll sind? Verstehst? Ja, die Intensivstationen sind wahrscheinlich, wenn es ausreichend zugeht, immer an der Grenze des Möglichen. Das haben wir nicht erst 2020. Das wirst du als ehemaliger Salzmitarbeiter genauso wie ich als ehemaliger externer Salzmitarbeiter und ehemaliger Rotkreuzmitarbeiter durchaus wissen. Es gibt immer Stoßzeiten im Jahr. Das war es ein Tierarzt, das war es ein Zahnarzt. Wir haben alle dasselbe Hygienefach gehabt. Naja gut, also ob der Tierarzt jetzt weiß... Ja, man muss auch die Hygienevorschriften einhalten. Das Fach ist nicht so... Es geht nicht um volle Intensivstationen und nicht um... Ja, ja, natürlich hängt das alles im medizinischen Bereich ein bisschen so. Jeder Arzt, jeder Medizinangestellter hat zumindest eine Ahnung, wann eine Pandemie gerechtfertigt ist und wann nicht. Und wann die Alarmglocken mir zum Beispiel läuten, dass, wenn ich beigebracht habe, dass diese Masken nicht vor Virenschützer, sondern nur vor Bakterien, wir schon alle längst ausgerottet sein hätten müssen, wenn wir jetzt von ersten Lockdown mit den ersten Maskenverpflichtungen, die gesundheitlich keinen Nutzen hatten, wir tot sein müssten, wenn es ein Kilo-Virus gäbe. Naja, also das Schöne ist, da pflichte ich dir grundsätzlich bei, wobei ja die Maske, wie gesagt, und das hat ja auch seitens der Regierung niemand bestritten, lediglich den anderen schützt, wenn man sie trägt, weil das Sekret aufgefangen wird. Naja, nicht einmal das bei einem Virus, weil der Virus, der schießt durch die Masken durch, noch rein oder noch raus. Das Sekret, dass die Viren selber zu klein sind, das ist schon richtig, wobei ich auch dazu sagen muss, wie gesagt, wir haben jetzt ein Dreivierteljahr Masken getragen, bis auf den Herrn Kurz im Kleinwalsertal, da haben wir das nicht gebraucht. Ich glaube auch, dass nach der Wien-Wahl, als sich alle Politfunktionäre weinend, ob ihres Erfolgs oder ihres Misserfolgs in den Armen lagen, quasi Mindestabstände nicht eingehalten haben. Ja, aber kann es nicht so sein, dass der Herr Kurz einfach zu schön ist für eine Maske? Das ist jetzt eine Frage, die du mir bitte nicht ernst zu nehmen stellst, weil das kann ich dir nicht beantworten. Ich bin überzeugt, Heterer und habe über die Attraktivität des Herrn Sebastian Kurz noch nicht nachgedacht. Ich muss gestehen, er wäre in der Altersklasse, die passen würde, hat aber eindeutig die falsche Chromosomenbesetzung und ganz ehrlich, auch wenn es schön ist, wenn man beim Sex irgendwo vielleicht mal wo anpacken kann, die Ohren sind es für mich nicht. Wie dem auch sei, Tatsache ist einfach, dass unsere Politiker rückblickend in diesem Jahr 2020 sehr schön gezeigt haben, dass die Regeln, die für uns gelten, für sie scheinbar noch nicht gelten. Also wie gesagt, Klein-Walsertal, Wien-Wahl, Bundespräsident beim Wirten und dergleichen. Ja, es gäbe da auch einige Beispiele aus dem benachbarten Deutschland, wo das ähnlich ist. Aber der österreichische Bürger ist zerrissen, das Land gespalten. Es gibt die, die da sagen, na, ist eigentlich ein Wahnsinn und die Regierung muss weg und so geht das nicht. Und es gibt die, die sich immer noch fürchten und sagen, na, das gehört vielleicht sogar noch viel härter. Ja, Sadomaso-Typen gibt es immer. Um es kurz zu machen, ich sehe mich in diesem Falle tatsächlich als Demokraten. Einen kleinen Break, ich schalt die Kammer noch mal ein. Dann nimmst du nur ein Bier mit, Nichts auch. So, genau. Damit der Zuschauer von dem Sofa seit Einschlaf, den muss er auch eine Perspektive zu sehen. Na ja, also nachdem der Zuschauer am Sofa munter bleiben sollte bis Mitternacht, weil dann offiziell das Jahr 2021 beginnt, in das wir doch alle so große Hoffnungen legen, weil doch da hoffentlich alles besser wird. Das sind ja unsere Zukunftszuseher. Das ist ja keine Leidwesenheit. Ja, das ist ja völlig klar, aber nicht desto trotz bin ich der festen Überzeugung, dass ja quasi trotz alledem, wenn er heute bis Mitternacht munter bleibt, er ja dann eh seinen Lebensrhythmus dahingehend zerstört, dass er mal zu der Uhrzeit auch eine Woche ist. Wie die Straßen ausschaut, von oben geisterleer oder nicht? Da kann man echt cool, ich muss mir noch ein Archiv schauen, Vergleichsbilder, was man dann einblendet, voll gestritten voll in den vergangenen Jahren und dann ein aktuelles Video erhält, wo doch auch mal bei der Überblendung voll geisterleer wird. Ich finde, wenn du jetzt hörst, wir gehen jetzt auf 22 Uhr zu, du hörst da draußen keinen Böller und keinen Raketen, du hörst keine Leute und da sind wir eben dabei, wie schon erwähnt, dieses Land ist im Moment gespalten und du sagst, es gibt eine Gruppe Masochisten, die es gerne noch härter hätte und es gibt eine Gruppe vermeintliche Nicht-Masochisten, die sagt, die Regierung muss weg. nicht scheppert draußen zu Silvestre. Entscheidend für mich ist, ich respektiere, weil wir eben in einer Demokratie leben, durchaus auch andere Meinungen. Ich würde mir nur, ehrlich gesagt, gerne eine Diskussion wünschen und nicht eine festgefahrene Meinung an Fronten, wie wir sie im Moment haben und da ist eben der Punkt, mir ist kein Fall bekannt, wo ein Nicht-Maskenträger einen Maskenträger attackiert hätte. Ja, in Bussen gibt es schon mal ein paar so Sachen wie Wien, man geht in Wien und Salzburg darf man richtig vergleichen. Wirklich? Gab es in Wien Fälle, wo Nicht-Maskenträger... Es ist nicht schön, dass es passiert ist, in Wien im Bus ist es passiert und dann haben aber zwei Maskenträger den Nicht-Maskenträger geholfen, wie der andere den zusammengehauen hat. Nein, also ich finde es von beiden Seiten blöd, aber mir war nicht bekannt, dass es überhaupt den Fall gab. Ja, in Deutschland an Mass, aber in Wien vor vier Monaten, da ist ein Berühmter, der ist bei Salzburg TV gesprochen, der ist zur Post gegangen, einen Brief abholen. Und da hat Herr Maas mitgekommen, gesagt, ich kriege es gleich da hin, da steht schon alles drauf, brauche ich noch schicken und so, Geld passt da, den Rest können wir uns geholfen, trinken, gell? Der Postbeamte hat den zusammengehauen, der hat den richtig zusammengehauen in der Postfiliale, den Kunden, meine Akkus aus der Tasche. Wenn einmal der Postgang lebensgefährlich wird. Nein, 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 wenn Salzburg österreich ist, ist er nicht bergwärts. Stimmt, das ist doch lustig, wenn meine Postlaufen wie losgeht, das wäre der Spaß. Aber ich bin schon langsam, Ich weiß nicht, dann gibt es am Land einen Postpartner weniger, der ist alles. Am Land? Ich meine den, ich habe mich am Sektor. Achso, der, der ist entspannt. Der Verlag, das war lustig, die Vorstellung ist lustig. Ich suche, ich zeige es wieder, ich habe es gespürt, ich habe es gespürt. Hat da Fuhren oben. Einen Akku hast du schon gesprengt. Na hervorragend. Was heißt denn Akku? Jetzt ist die ganze Kamera hin, oder? Nein, ist er schon kaputt. Okay, ich würde mal schauen, ob ich wirklich ausgeschalten bin, aber das ist der Akku schon abgeblattet. So, der nächste Drive. Die schallt sich nach 27 Minuten aus, weil das ist nur eine Fotokamera mit einer guten HD-Videoqualität, aber dadurch, dass aus der Fotokamera verkauft wird, hat es eine Sperre drin, dass du sie nicht durchgehend aufnehmen lässt. So wird es halt dann billiger verkauft. Das kommt wahrscheinlich aus China. Ja, das ist das Nachfolgeprodukt vom Wuhan-Virus. Aber nachdem ich ja später noch darauf zurückkommen werde, dass wir ja auch schweren Herzens, aber doch wieder meiner üblichen Neigung chinesische Produkte gekauft haben, ist das wurscht. Wenigstens, die Amis bringen ja gar nichts mit einem außergewöffentlichen Produktion. Naja, also da wahrert man ja eh quasi durchaus beim Thema Sprengstoffe und Co. Nein, wie gesagt, das ist ja 2020 die Bevölkerung zerrissen. Weil es halt mal so ist, man kann auch mal einen Akku sprengen in großen Rahmen, darum habe ich ihn jetzt mal kurz gewechselt. Also wundert euch nicht, das ist ein ganz regulärer Cut, wird auch nichts zensieren. Ich habe da meine drei beglaubigten Menschen hier, die was das auch natürlich bezeugen werden. Seit wann bin ich beglaubigt? Damit da alles in rechten Dingen zugeht. Wir haben letztendlich schon festgestellt, ich bin aus der Abteilung Gottlos, ich bin nicht beglaubigt. Das überlasse ich jenen, die immer noch Kerzen anzünden, um ihre Grundrechte zurückzubeten. Nicht meine Welt. Naja, verliere ich halt wieder mal zehn Abonnenten, aber scheißegal. Warum? Weihnachten ist auch schon vorbei. Also heute ist Silvester, das ist kein kirchlicher Feiertag. Ihr dürft auf dem Kanal bleiben, auch wenn ich persönlich sage, dass mit dem Rechenbuch ist es eins. Bei mir dürfen wir polarisieren, machen wir weiter so. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, Gesellschaft gespalten, die einen fürchten sich nach wie vor und hätten es vielleicht gerne noch etwas strenger. Der Großteil, wenn man so die Kommentare liest und den Menschen so zuhört und ich rede jetzt nicht von denen, mit denen man spazieren geht oder die man auf einer Demo trifft, sondern wenn ich mich in meinem persönlichen Umfeld so mit den Leuten unterhalte, mit Abstand und allem dazugehörigen, dann kriegt man eigentlich sehr schnell mit, dass die eigentlich alle mehr als übersättigt, übermüdet und angefressen mit diesem Thema sind und auch für sehr viele Dinge kein Verständnis mehr haben, weil eben diese Maßnahmen sehr willkürlich und nicht immer rational nachvollziehbar sind. Ja, Nichtsdestotrotz und da war ich vorher schon, ist die große Problematik, dass auch jene, die vermeintlich unzufrieden mit der Situation sind, darauf hoffen, dass andere diese Situation ändern, indem sie bei den nächsten Wahlen anders wählen oder ausreichend Protest mobilisiert wird, dass sich die Situation ändert, aber sie selber sind nicht bereit, etwas zu tun. Und damit sind wir wieder im Medias Res. Bäumchen gebastelt haben wir als Anschauungsbeispiel das letzte Mal, als kleines Trash-Art-Projekt. Heute habe ich mir ein bisschen was anderes überlegt und dazu möchte ich vorab euch alle einladen, jetzt den Medien auf Haris Bildschirm zuzuschauen. Harry ist nicht nur ein Meister an der Flex, sondern auch am Fernseher. Aber er haue ja, der verstößt gegen das Gesetz und muss dafür entsprechend Blechen. Bis zu 10.000 Euro werden fällig für Produzenten oder Händler, die die gesetzlichen Bestimmungen missachten. Etwa ein Drittel geringer sind die Strafen für Privatpersonen, die den Stab ins neue Jahr mit Raketen, Knallflöschen und Schweizer Krachern zelebrieren möchten. Hier setzt es maximal 3.600 Euro für Feiernde, die es trotzdem krachen lassen wollen. Denn einst angekündigte Silvester-Ausnahmen gibt es nicht. In ganz Österreich gilt ein harter Lockdown. Dabei kontrollieren die Silvester-Regeln 4.000 Polizisten im Einsatz. Eines ist jedoch erlaubt. Feuerwerke darf man sich ansehen. Denn das gilt als Aufenthalt im Freien zur körperlichen oder psychischen Erholung. Gibt es Ausnahmen zu Silvestern? Nein. Der dritte Lockdown gilt von 26. Dezember ausnahmslos bis 18. Jänner. Zu Silvester gibt es keine einzige Erleichterung. Wen darf ich jetzt noch treffen? Grundsätzlich dürfen die eigenen vier Wände nur für wenige Ausnahmen verlassen werden. Ein Haushalt darf nur noch eine Einzelperson treffen. Darf ich nach 20 Uhr noch spazieren? Die Polizei darf einen Spaziergänger nicht strafen, wenn er sich zur Erholung im Freien bewegt. Sind Feuerwerke noch erlaubt? Raketen, Knallfrösche, Schweizer Kracher sind für Privatpersonen im Ortsgebiet verboten. Außerhalb dürfen diese wegen des Lockdowns auch nicht angezündet werden. Wer trotzdem böllert, wird dafür streng bestraft. Die einzige Landeshauptstadt, die zum Jahreswechsel ein offizielles Feuerwerk veranstaltet, ist Innsbruck. Silvesterdinner. Wie und wo? Zu Hause natürlich, denn die Restaurants haben geschlossen. Essen abholen ist nur zwischen 6 und 19 Uhr erlaubt. Lieferservice ist rund um die Uhr gestartet. Das lauteste Geräusch wird heuer vielerorts das Knallen der Korken sein. Was mir aufgefallen ist jetzt, für mich sind das alles nur Verordnungen. Hast du irgendwo im Postkasten einen Brief von Richtekrieg, wo das auch steht, dass wir das alles nicht wie bei Werkskörper verbrennen oder draußen sie aufhalten? Weil es gibt ja Menschen, die schauen kein Fernsehen, lesen keine Zeitung, wie sie in die die Informationen kriegen. Darum ist ja auch das Gesetz gegeben, dass das im Postkasten deklariert werden muss mit einem Brief. Also um deine Frage zu nehmen, nein, ich habe das natürlich nicht in meinem Postkasten gelesen. Ich habe allerdings auch nie in meinem Postkasten gelesen, dass ich mit dem Nachbarkind nicht sexuell aktiv werden darf, dass ich in einem besoffen Auto fahren darf und ähnliches. Also ich persönlich für mich als erwachsener Mensch erwarte nicht, dass man mir jedes Gesetz persönlich per Post zuträgt. So viel Eigenverantwortung traue ich mir als mündigen Bürger zu. dass ich mich über das, was weitestgehend passiert, auch ein bisschen am Rande informiere, beziehungsweise so wie es im Jahr 2020 war, dank der vielen systemkonformen Medien, die ja auch viel Geld dafür bekommen haben. Wie hast du dich da dann informiert? Ist das jetzt gesetzeskonform, was man jetzt da in Radio gehört, auch im Fernsehen gesehen haben? Oder ist es so, wie ich sage, einfach nur Verordnungen bar jeder Gesetzeslage? Die Frage stellt sich mir nicht, weil wenn mir ein staatsnahes Medium sagt, ich darf mir ein Feuerwerk anschauen, ich darf aber keinen Knallfrosch, keinen Böller und nichts anzünden im Stadtgebiet und außerhalb vom Stadtgebiet auch nicht aufgrund des Lockdowns, heißt das, wo immer man so ein Feuerwerk entfacht, ist es illegal. Wer soll sich also eins anschauen, wenn es eh keiner machen darf, außer in Innsbruck? Darf ich mir jetzt einen Mord anschauen und das ist dann legal oder wie? Das ist doch abstrus. Natürlich darfst du dir einen Mord anschauen, das erhöht die Einschaltquoten am Sonntagabend beim Tatort, habe ich mir sagen lassen. Ich meine, ich selber lebe seit 20 Jahren ohne Fernseher, also weiß ich nicht, ob der Tatort am Sonntagabend noch Thema ist. Ich vermute aber schon, weil das ist eine erfolgreiche Sendung gewesen. Nichtsdestotrotz, also man dürfte sich ein Feuerwerk anschauen bei einem lauschigen Spaziergang. Man darf nur kein Feuerwerk machen und nachdem bis auf Innsbruck dem Bericht zufolge auch niemand in Österreich ein Feuerwerk macht, habe ich bzw. wir beschlossen, wir werden uns als volljährige Staatsbürger, wir sind alle 18, ich glaube, man sieht uns das an, wir können das zur Not auch mit Führerschein und Co. belegen, werden wir uns ein bisschen darüber hinwegsetzen und werden unseren heutigen Abendspaziergang zur Steigerung des gesunden Geistes in einem gesunden Körper heute ein bisschen auf die Spitze treiben, nämlich auf die eines der Salzburger Stadtberge und werden dort illegalerweise kein Fischfeuerzeug in der Wohnung, sondern ein verdünftiges Feuerzeug. Von unserem Feuerwerksdealer von Hofer draußen starten. Der Hofer, danke für die Schleichwerbung, war so unglaublich mutig, tatsächlich Feuerwerkskörper der Klasse 2 an mich zu verkaufen und wir werden das heute Abend nutzen und wir werden ganz traditionell, obwohl ich eigentlich gar kein Freund von dieser dämlichen Knallerei bin. Bei der Wahl Lord Hofer uns über den Weg gelaufen ist, kannten wir nicht anders. Nein, wir sind lange genug rumgefahren, Feuerwerkskörper dafür zu finden, weil wir bereits ganz ehrlich gesagt, und so ehrlich bin ich, den Plan hatten, uns nicht einschränken zu lassen. Wie gesagt, mir selber ist diese Silvesterknallerei persönlich eigentlich unglaublich zuwider. Ich finde, es ist eine unglaubliche Geldverschwendung, es ist gemein für jedes Haustier und für jedes Kleinkind. Grundsätzlich bin ich also kein Freund von knallenden und beim Fenster rausgeworfenen Geld, aber nachdem unsere Politiker dieses Jahr mit Massentests und Impfaktionen, wo in Salzburg eh die Nadeln aussehen, sehr lustig an dieser Stelle nochmal, und ähnlichen Sachen Millionen rausgeballert haben von dem Geld an Rettungspaketen zur Ruhigstellung der Bevölkerung im Sinne von Kurzarbeit, Unterstützung für Fluglinien und ähnliches. Da fährt jetzt das bisschen Feuerwerk da nicht mehr ins Gewicht. Nichtsdestotrotz, ich zähle mich selbst, da sind wir wieder beim rebellischen Rock'n'Roller, als volljährigen österreichischen Steuerzahler, als Bürger dieses Landes, das den UN-Zivilpakt ratifiziert hat und damit die Menschenrechtsdeklaration von 1948 anerkennt, auch ohne Test und auch ohne die Einwilligung von Herrn Kurz, Herrn Anschober, Herrn Nehammer und wer auch immer sonst noch sich bemüßigt fühlt, mich zu Hause einzusperren, frei genug meiner in diesem Fall nicht geliebten Tradition nachzugehen und quasi so rebellisch zu sein und ein paar Raketen zu schießen. Unter dem Bericht, den wir gerade gesehen haben, gab es ganz viele Kommentare ganz vieler Bürger, die das ähnlich artikuliert haben wie ich. Nachdem man jetzt allerdings hier wenig Feuerwerk hört und ich vermute, wir werden durch ein menschenleeres Salzbrett ziehen, gehe ich davon aus, dass es einmal mehr um die Maulhelden geht, die im Internet als Couch-Aktivisten, wie du es so schön genannt hast, Guerillakrieg an der Tastatur machen, wenn es geht ohne Gesicht, wenn es geht mit faken Nicknames und Ähnlichem. Ich stehe zu dem, was ich mache, mit meinem Gesicht. Meine beiden Kollegen und Partner in Crime haben den Bericht genauso gesehen und sind aus freien Stücken dabei oder nicht, also sie werden nicht gezwungen. Und ja, das ist der heutige Plan für den Abend. Wir haben jetzt 22 Uhr eins. In zwei Stunden lassen wir es krachen. Um ein bisschen Licht in das Dunkel dieser Zeit zu bringen, ein Feuerwerk für die Freiheit und eine Rakete für jeden Verfassungsbruch. Ich denke, das wird die Verpackung hergeben. Wir werden das danach auch ins Netz stellen. Und wenn dann jemand quasi meint, dass er Geld von mir haben möchte, weil ich so ein Lebensgefährder bin, der allein auf einem Stadtberg ein Feuerwerk abgeschossen hat, dann muss ich leider sagen, ich werde die Ersatzfreiheitsstrafe wählen. Also du brauchst bloß Einspruch erheben. Kein Richter unterschreibt das, dass du da gestraft wirst. Das kann ich schon bezeugen. Das habe ich selbst schon an namhaften Menschen erlebt, dass wenn sie einen Einspruch erhoben haben, für sie gut gesprochen wurde und ich brauche nicht einmal einen Anwalt dafür. Nachdem ich, wie gesagt, wahrscheinlich vor März dieses Jahres in der Gastronomie nicht mit vernünftigen Öffnungszeiten rechne, habe ich bis dahin meine Ersatzfreiheitsstrafe zur Not abgesessen und stehe dann auch wieder gerne für den Dienst zur Verfügung. Insofern... Wenn die Küche passt, dann ist alles in Ordnung. Ich sehe mich dann als ersten politischen Gefangenen in den 2000er Jahren. Nelson Mandela, alle haben ein bisschen in Gefängnis anfangen müssen. Manche haben Bücher geschrieben. Naja, also ich würde mich jetzt bitte nicht mit Nelson Mandela vergleichen. Auch nicht mit Chang San. Aber wie gesagt, nachdem der Österreicher ja sehr gerne in irgendwelchen vorhin erwähnten sozialen Medien stammtischmäßig seinen Frust rauslässt, aber keine Taten folgen lässt, habe ich mir gedacht, machen wir das einmal mehr anders. Wie gesagt, ich muss nicht mit einer kleinen oder großen Hundertschaft spazieren gehen. Ich stehe für mich als freier Bürger selbst ein. Und ich glaube, das kann ich von meinen Mittätern hier auch so behaupten. Wir haben alle das 18. Lebensjahr erreicht. Wir sind alle bei klarer geistiger Gesundheit. und ich denke, dass eine Rakete, auch wenn ich sie, wie gesagt, nicht mag, für die Verbreitung des Virus keinerlei Auswirkungen hat. Wir werden keine Menschen trauben um uns sammeln. Wir werden niemandem zu nahe kommen. Und sollte, wie gesagt, die Truppe des Herrn Nehammer, die übrigens auf die Verfassung vereidigt ist und nicht auf die Regierung, tatsächlich meinen, einer der 4.000 Beamten aufbringen zu müssen, um uns daran zu hindern, dann soll das so sein. Ich habe allerdings in den letzten Tagen und Wochen durchaus den Eindruck gewonnen, dass auch die Exekutive, besonders in Salzburg, sich eventuell klar ist, dass sie, wenn sie jemals wieder in Normalität ihren Job machen will, auf die Bürger angewiesen ist und es gibt sicher den einen oder anderen Polizisten, der ganz unvermumpt hinter seiner Maske so denkt wie wir. Und insofern fürchte ich die 4.000 Polizisten auf die Gesamtfläche des österreichischen Hoheitsgebiets in dieser Nacht heute nicht. Ja, ein Polizist pro Ortschaft, das ist schon mal ein guter Schnitt. Na, wie gesagt, also ich habe erwähnt, der Polizist ist auf die Verfassung vereidigt und nicht auf die Regierung. Wie gesagt, man hat bei den letzten Aktionen, die in Salzburg stattgefunden haben, durchaus wohlwollende Exekutive festgestellt. Ich habe selber den einen oder anderen Polizeibeamten in meinem Bekannten oder sogar auch im Freundeskreis und weiß auch von dem einen oder anderen, dass auch der nicht immer ganz happy ist mit dem, was passiert. Mir tut es leid für jeden, der heute Dienst hat und sich um sowas kümmern muss. 2020 war ja schließlich auch das Jahr, wo der Terror nach Österreich kam. Unglücklicherweise hat man da vielleicht ein bisschen versagt, weil man mit anderen beschäftigt war. Zum Beispiel Schwerpunktkontrollen in Wien, ob bei den Fahrgemeinschaften eh jeder eine Maske aufhat. Das ist natürlich auch wichtiger. Das verstehe ich. Das ist klar. Da haben wir einen großen Bastelkönig in Harry gehabt, von dem Covid-Noritatbaum. Harry, freust dich du wie ein Hutschbär auf das nächste Jahr? Unglaublich. Oder hast dich wie ein Hutschbär auf das alte Jahr noch so richtig gefreut? Ich komme dabei auf die Lüge. Was kann man da so Positives rausholen? So haben wir so viel Negatives gehört. Drei mal um und drauf. Der Harry hat das Problem. Der Harry hat das Problem. Der sei ein unglaublich stylisches Händler. Mit so einer Antwortfrage kann man sich noch die Finger verbrennen, wenn man da noch diplomatisch bleibt, meinst du zu sagen? Das Wort habe ich ihm jetzt in den Mund gelegt. Der Harry weiß durchaus, dass man nicht politisch unkorrekt in einem sein kann. Aber der Harry hat gestern ja schon erfolgreich in das neue Jahr vorgefeiert und hat ja heute nicht umsonst das feierlich-saisonal passende Hawaii-Emp an, weil er vielleicht noch ein bisschen von gestern leidet. Also der Harry hat ja heute schon fast Bedenken geäußert, auf den Berg zu gehen. Nicht, weil sein Freiheitsdrang und seine Rebellion nicht mitmachen, sondern weil er sagt, gestern gefeiert und heute auf den Berg happeln. Wir sind halt doch in einem Alter, wo das nicht mehr so leicht ist. Aber er hat eine Corona-Dose. Er macht ebenfalls Pionierarbeit im Vortrag, um zu schauen, ob wir noch ihn durchhalten können. Ja, Harry geht auf alle Fälle mit, weil ganz tief drinnen ist er und bleibt ein Rebell. Und nachdem er ja wie gesagt der Schnellstfüßige von uns ist, weil er viele Jahre im Innergebirg in der Gastro tätig war, wird er so ein Stadtberg da jetzt nicht ausbremsen. Die sind dann meistens eher am ehesten oben, die, die wir vorher genörgelt haben. Also den muss ja irgendwer die zweite Kamera halten, wenn wir ganz rebellisch den Salzburger Nachthimmel erhellen, wie es Salzburg eigentlich selbst nicht tut dieses Jahr. So, jetzt wollen wir ein bisschen Akku sparen, haben wir noch ein bisschen ein Endresümee. Was erwartet uns im nächsten Jahr? Was müssen wir dafür tun, dass das, was wir uns erwarten, passiert? Oder was müssen wir tun, damit das nicht passiert, was wir eventuell erwarten? Also erwarten werden uns einmal mehr. Da lege ich jetzt schon meine Hand ins Feuer zwölf Monate. Wir werden wieder diverse staatliche Feiertage haben, die quasi christliche Feiertage sind. Und wir werden sicher das eine oder andere Corona-bedingte, Covid-bedingte Irrsinn-Programm auch in Zukunft haben. Also das Jahr beginnt ja bereits mit der tollen Aktion Lockdown bis zum 18. und dann freitesten. Sonst offizielles Lockdown Ende am 24. Jänner. Womit eigentlich der erste Monat des Jahres ja schon mal bestimmt wird. Einmal mehr vom Wahnsinn. Wie gesagt, freitesten ist in meinem Fall nicht. Impfung ist in meinem Fall danach auch nicht. Und ja, wie gesagt, man wird dann sehen, was passiert. Ich persönlich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann der eine oder andere sich besinnt, dass er eigentlich vermeintlich laut seinem österreichischen Reisepass ja ein freier Mann oder eine freie Frau ist. Mündig vor allem. Und vielleicht auch irgendwann seinem Couch-Guerilla-Dasein und seinen Postings sofern vorhanden vielleicht auch irgendwann mal Taten folgen lässt. Weil solange jeder nur die Hände in den Schoß legt und daheim sitzen bleibt, wird wenig passieren. Aber wie gesagt, wir setzen heute einmal mehr ein kleines Zeichen. Vielleicht steckt es an, vielleicht auch nicht. Das wage ich jetzt nicht unbedingt zu beurteilen. Wahrscheinlich... Steckt es an, falls es nur ein ganzes Jahr dauern sollte, dann nächstes Jahr oder nachher. Nein, dann habe ich gesagt, wahrscheinlich wird es einmal mehr polarisieren. Der eine oder andere wird es gut finden. Der eine oder andere wird es schlecht finden. Als wir letztens unseren Covid-Navitat-Braum aufgestellt haben, hat ja im Vorbeigehen auch ein Passant ganz stolz in die Kamera gesagt, Demokratie funktioniert anders. Das heißt schon, das Schöne in diesen Tagen ist, also wenn 2020 mich eins gelehrt hat, ist, dass wir ganz, ganz, ganz viele Demokratiegelehrte in diesem Land haben und auch ganz, ganz, ganz viele Polizisten. Also wer mich inzwischen auf eine Maske anspricht und auf die Einhaltung von Verordnungen, das ist ganz toll. Ich frage die Menschen dann immer, ob sie auch einen Alkoholtest machen wollen oder ob sie vielleicht der Pickerl vom Auto kontrollieren wollen. Also ich finde es schön, dass es so viele Sheriffs in diesem Land gibt. Wenn ich das nächste Mal ein Problem habe, werde ich mich an einen dieser Herrschaften wenden. Vielleicht können die dann mein Problem lösen. also zwischen hänge ich da die Hoffnung, dass es wird. Egal wie das Jahr 2021 wird, ich habe die letzten Jahre meines Lebens so gelebt, wie ich gelebt habe und ich werde das auch im Jahr 2021 nicht ändern. Einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht und auch wenn vielleicht der eine oder andere Politclown meint, das jetzt umsetzen zu müssen, wird es vielleicht gar nicht so einfach werden, wie ihr sich das vorstellt. Soviel zu meiner Prognose für das auch so spannende bevorstehende Jahr. Eingeläutet wird es mit Feuerwerk. Somit seht, wir sind heute wieder mal sehr aktiv in der rebellischen Phase. Wir fühlen uns alle sehr viel jünger, höchstwahrscheinlich. Das hat vielleicht das Gute daran entwickelt. in manchen Menschen einen Rebellengeiz, was wir in der Jugend gehabt haben. Bei den alten Leuten geht es schon ein bisschen ab, genauso wie bei den Jungen. Ich bin gespannt, wie viele Leute heute wirklich draußen sein werden. Wir haben schon gewettet. Ich habe gesagt, ja, ein paar und der Richard hat gesagt, gar keiner. Na ja, gar keiner nicht. Die Schere zwischen ein paar und gar nichts ist eh nicht sehr groß. Soll mal so gesehen. Nein, also wir werden jetzt sicher irgendwo einen vereinsamten Jogger-Spaziergänger, jemand, der mit der Mondgasse geht und von mir als ein, zwei junge Leute sehen, dass ja, aber wenn man denkt, dass es weder schneit, noch regnet, noch minus 40 Grad hat und eigentlich Jahresende ist, dafür wird es sehr, 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 sehr ruhig sein, weil ich davon ausgehe, dass wie gesagt die einen zu Hause bleiben, weil sie sich vor Strafe oder dem Virus oder beiden fürchten, und die anderen, die sagen, sie fürchten sich nicht vor dem Virus und auch nicht vor der Strafe, machen das wie gesagt dann lustig unter einem Kommentar, unter einem TV-Bericht oder auf einem sozialen Medium. Letztendlich trauen sie sich aber nicht, das umzusetzen. Wir leben in einer Stadt, in der in Salzburg glaube ich an jeder 12. Hausmauer irgendwo einer SCAB oder ähnliches hingesprayt hat. Wir leben in einer Stadt, in der wir eine Antifa haben, die inzwischen da sollten wir vielleicht auch irgendwann einmal so einen Bildungsauftrag machen, was Antifa eigentlich heißt. Wir müssen mal die Mönerhüter schauen. Aber nachdem wir heute am Anfang kurz das mit dem Rockerbäde noch mal gemacht haben, vielleicht sollten wir auch über die Antifa mal was machen, weil die sind ja meines Erachtens auch gerade etwas weit ab ihrer eigentlichen Bildungsniveau hat es ja nachgelassen, sagen wir es mal diplomatisch. Naja gut, das ist ein weitestgehendes Problem, seitdem wir quasi diese PISA-Studie-Geschichte haben, aber ist ja wurscht, ist ja nicht unser Turm, insofern alles gut. Jetzt wurde zu links und links zu rechts. Das ist halt immer dieses Neudeutsch, das Neu-Sprech. Nein, wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass die Antifa sich jahrelang quasi geschehen und vermummt hat und deswegen jetzt gerade vielleicht die Sternstunde ihrer Zeit ist. Die können jetzt endlich das machen, was sie früher gemacht haben, weil sie sich eben nicht getraut haben, mit Gesicht aufzutreten. Vielleicht ist es das. Ein paar hübsche Schnecken gibt es ja doch dort und so ist es auch nicht, habe ich auch schon gesehen. Die bräuchten sich gar nicht so vermummeln. Ne, aber da sind wir jetzt wieder generell bei den Frauen. Ich vermisse sie auch, also ich habe in meinem Umfeld, ich habe ja schon erwähnt, ich bin genauso wie der Harry Singel, so ein Leid der Gastronomie-Rockenroler und sehr fesches Hemd. Ich verstehe nicht, warum der fesche Bursing ist. Nur all, Feuer und Flamme für die Helden. Jedenfalls, mir hat man ja immer wieder erklärt, ich bin ein Chauvinist, ein Macho, ein Sexist oder sonst was. Das bestreitet zum Teil nicht einmal. Ich habe ein etwas altmodisches Wertebild. Ich halte noch Türen auf und erwarte mir dafür im Gegenzug, dass eine Frau Frau ist. Bevor es jetzt zu sexistisch wird, glaube ich, machen wir es. Ich würde mir, weil wir gerade eben bei der Antifa waren, nicht nur von der Antifa wünschen, dass sie vielleicht einmal überlegt, was faschistische Gedankenströme und wie sich die äußern sind, sondern ich würde mir auch wünschen, dass die gesamten bei jeder, weiß ich nicht, noch einem Monarchen benannten Straßenzug und sonstigen ereifernden Frauen für die Gleichberechtigung und die Emanzipation und die so für Freiheit stimmen, vielleicht auch mal an einer Demonstration für die Grundrechte teilnehmen würden. Ich vermisse eigentlich so alle, die sonst so aufschreien. Also normalerweise, wenn ich arbeiten dürfte heute am Abend, dann hätte ich quasi die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle heil durch die Nacht kommen, mit Feuerwerk und allem drum und dran und ich hätte in dieser Nacht sicher, weiß ich nicht, ein Dutzend Leute und der Gerdschi wird es bestätigen, weil der ist in der selben Branche mit unten auch mal tätig, die uns erklären, was sie nicht für harte Typen sind und was sie sich nicht alles nicht sagen lassen und ja, ich stelle mir die Frage, wo sind all diese Hooligans, diese Gangster Rapper, diese harten Jungs und Mädels im Moment? Ja. Brauche ich eine Maske? Es ist relativ traurig. Es wurde zu einer Biotonne. Nein, ich finde das relativ traurig, weil wenn irgendwann wieder Normalität herrschen sollte und es dann noch irgendeinen Wirten gibt, der noch Kunden hat, die noch genug Kohle haben als Kaufkraft, um dort zu trinken und ich dann dort wieder meinen Dienst versehen darf, dann ist es wahrscheinlich sehr bitter, wenn all diese Menschen, die jetzt quasi kuschend daheim sitzen, mir dann wieder erzählen, was sie nicht für Kapazunder des Wildseins, des Freiseins, des Tough- und Hartseins sind. Ich freue mich auch schon, wenn dann das erste Rock'n'Roll-Event wieder stattfindet, wo mir dann wieder Menschen über den Weg laufen, die dann ganz groß auf ihrem Rücken oder auf ihrem Arm ihr Rockabilly Rebel stehen haben und ich mich dann sehr beherrschen muss, als nicht Geimpfter ihnen nicht ins Gesicht zu spucken, weil ich diesen Rebel jetzt gerade immens vermisse. Somit haben wir jetzt einmal, bevor wir noch an die Impressionen weiter kommen von unserem bombastischen Feuerwerk, den Aufstieg zum Kapuziner Berg, dass man nicht ganz so theatralisch damit abenden können. Einen Punkt möchte ich noch erwähnen, bei der Antifa macht ihr ein bisschen Geschichtsunterricht, ihr kämpft wirklich nur noch gegen Symptome, nicht mehr gegen die Wurzel des Übels an. Studiert einmal Fritz der Mehr, Hans Wurster, die sind die ersten Nazis, die in die Regierung gekommen sind. Nach 1945 sind 1946 in die Regierung gekommen und deswegen schaut es so aus wie heute, nämlich ein versteckter Faschismus. Versteckt nicht für uns, wir sind ein bisschen wacher, wir haben ein bisschen mehr Geschichtshintergründe und vielleicht das rebellische hinter uns, wie es der Ritschi gesagt hat, das rebellische geht total ab, mit Intelligenz recherchieren, für was setze ich mich ein, gegen was bin ich, wirklich, nicht von wem andern sagen lassen. Man sagt schon wieder, jetzt hat alles finanziert, da ist wieder die Antisemitisten Keule wieder da, nein, es geht nicht um eine Religion, die wir anpringen, es geht um diese Wirtschafts Oligarsen die euch schon jetzt bestimmen, was ihr zu tun habt, was rechts oder links ist. Und somit viel Spaß jetzt noch beim kommenden Aufstieg zum Kapuziner Berg. Bis dann. Kapuziner